okay hört zu wir können ja mal ganz kurz das maschinengewehr hier ausprobieren das hat kein problem so jetzt haben wir nachgeladen 15 schuss hat ist okay jetzt ist gut jetzt ist das ja irgendwie hüpft abendessen das müssen wir uns natürlich nehmen das ist ja ganz klar herum schlängelt die treffen zweifel ist mensch und getroffen ist jetzt auch putt sehr gut ja ich habe doch ganz hallo gesagt ich vergesse mit hallo zu sagen hallo ich bin wieder dahin 7 ist zu drei und wir haben jetzt nacht und ich bin jetzt schon dran ganz tolle waffen zu bauen und zwar jagdmesser qualität zwei und maschinengewehr wollte ich machen genau und für maschinengewehr brauchen wir auch wieder das brauchen immer dieses dieses klebeband ist hier klicken dafür brauche nur kleber an sich okay das ist gut weil da habe ich auch schon was vorbereitet und zwar hier aber das reicht noch nicht wir brauchen also noch ein bisschen mehr kleber nicht dass das da kochen sehr gut dann würde ich sagen machen wir uns jetzt erst mal das jagdmesser das als erstes dran das darf dann auch als erstes ungefähr das da dann können wir das hier verkaufen das können wir verkaufen davon haben wir sogar zwei und dann gucken wir jetzt mal was uns jetzt da noch fehlt für dieses maschinengewehr ich glaube dass wir auch ganz nett wenn wir das hätten ak war natürlich auch stark aber wie ihr seht haben wir das noch nicht freigestellt das dauert noch etwas gut das sieht auch stark aus und m60 wie hier mit 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 blässer schon dran sehr gut 10 eisenrohre 10 eisenrohre die haben wir hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stehen ja das fehlt noch die kleber haben wir alles können fertig um sehr gut weil wir müssen uns jetzt vorbereiten tag 21 geht bald los also ein paar stunden nein 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 nachts ist nicht gut wenn alles doch verstaucht nein 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 nicht schreien nicht schreien nein wieder zwei drei wichtig überhaupt ja sei mal ein mit schreien ihr habt mich ja gar nicht gesehen drei wichtig hallo nein nein fräulein rottmann nein nein tun sie es nicht glaubst du ja ja ich bin doch stich du hast jetzt gleich doch ganz andere probleme immer hier runter sein wir ganz ganz leise hat man auf meine türkappe zu machen shit shit nein nein hör auf hör auf okay machen wir zu ja nein jetzt hast du ja geschrien ich was war das für ein misslunger misslunger auftritt von mir diese habe ich euch nicht getroffen ich habe auch gar nicht er hat jetzt habt ihr einmal geschrien wir sollten hochgehen sollten hochgehen ich habe das gefühl ja ich okay wisst ihr was mitkommen indem ich haben wollte dann kommt ist ja gut ist ja gut ist ja gut ist ja gut wir gehen ja schon ja 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 ich wollte eigentlich was anderes vorbereiten jetzt jetzt könnt ihr auf einmal stehen jetzt wenn auch mitkommen jetzt habe ich mich drauf eingelassen da kommt hallo ich schieße mal hier vielleicht hört hat ja jemand ja das müsste man aber jetzt gehört haben das war jetzt laut genug ja sonst noch wer ich habe noch können noch seite breit achtung moment vielleicht hier der er geht so schön so na ich habe auch noch fallen bogen ich kann doch mit meinem bogen schießt aber ich hab irgendwie das gefühlt shit darüber ja 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 wollen wir zu machen kriegen wir dazu hin seid ihr lieb seid ihr lieb nur kommen seid lieb ich will auch ich will und liegt so ein helm mit der lampe das wäre jetzt wirklich sehr sehr wichtig besonders in der nacht die steht immer auf die steht immer auf nein bleibt doch stehen nein kommen nicht auf die idee kommen nicht auf die idee mein hand ist doch gut also mein handgelenk hier da hat ich mir getan ich habe ein bisschen angst vor euch in der nacht weil ihr da so ein bisschen schneller seit und das mag ich nicht wenn ihr schneller seid könnt ihr doch noch wegen meiner ganz ganz doch viel langsamer sein das ist okay ich kann euch ja dann auch hinterher laufen schon wieder eine oh man wieso eine dritte so gibt mir mal keine feine das ist unglaublich mit der fräulein roten war ja sie drin hast du wohl da raus das ist ja gut ist ja gut nein nein das ist nicht weiß doch papa der hat die großen hände weg nein also 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 raus aus meiner bude ich muss mich erholen wie weg bis der spät vorleger so ja ne fängt gut an die horten nacht wir brauchen was zu trinken haben wir jetzt die waffen wir haben die waffen das ist sehr gut dann machen wir doch mal gleich so moment achtung ich zeige euch so so 290 die hummer direkt hier drauf das ist was was ist jetzt schon wieder shit 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 nein einfach nein nein oh gott der 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 atmet ja wie ich bin dein vater look okay hört zu wir können ja mal ganz kurz das maschinengewehr hier ausprobieren das ist ja kein problem so jetzt haben wir nachgeladen 15 schuss hat es okay jetzt ist gut jetzt ist gut Hi Hi Halt mal auf Halt mal auf Na Zwick das Zwick das ja Na 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 Das gefällt mir Man kann Einzelschuss machen, man kann aber auch Krisen hier machen Natürlich verschießt man dann zu schnell Munition Aber es geht Ja wir haben es jetzt gesehen, jetzt möchte ich auch Munition sparen So viel haben wir noch nicht Und Nein Ui Okay Das ist jetzt ist aber gut hier ne Ah Haben wir Okay So es spritzt noch Ja Das äh Ist ein Bild für die Götter Ich brauche F7 F7 ich muss ein Foto machen Ne So So machen wir jetzt ein Foto Moment So ist schön So bleiben Und Foto Hofer hat geklappt mit dem Blutspritzer da Das sah optisch sehr gut aus Das hat mir gut gefallen Ja Davon Das muss man festhalten für die Nachwelt Weil das sind Bilder Die berühren die Herzen Ja Oh Das wollte ich jetzt nicht Das war jetzt übertrieben Moment wartet Äh Da So Aber interessant Hier in die Blöcke gehen sie nicht Sie gehen dann lieber in die Tür Die ja viel mehr Sicherheit hat Also in einer Block Aber Gut Den lassen wir jetzt mal grad so Okay Okay Was wollten wir tun Wir wollten etwas trinken Und das hier legen wir jetzt zurück So wie das Essen Aber wir sollten uns wirklich mal was zu trinken machen Äh Ich koche mal grad schnell was ab Wir haben wieder kein Holz Das ist wieder klar Aber dafür haben wir Kleber bekommen Das ist auch gut Einschalten Und Rezepte Wasser Bumm Bist du mit dem Yucca Wie lang braucht der denn noch Hallo Yucca Wir wollen Yucca haben Sehr gut Ein Yucca haben wir schon mal wieder Wie viel haben wir da rausbekommen Oh Yucca sahen wieder Das ist gut Das ist gut Weil wegen Äh Anbau Bumm Sehr schön Hier hab ich übrigens doch den Ähm Den Busch hier weg gemacht Und hab hier noch ein bisschen Kartoffeln und so gepflanzt Dass wir dann auch wirklich eine stetige Nahrungsfälle bekommen Regnet dann schon wieder Er trägt schon wieder Sehr toll Und jetzt Rezepte Machen wir uns einen Yucca Saft Dafür brauchen wir lediglich auch nur ein Yucca Frucht Das ist ja mega Kochen Ja Und wir könnten sogar einen Yucca Saft Smoothie machen Dafür brauchen wir Schneeball Schneeball brauchen wir dafür Und Heidelbeeren Wir brauchen dafür einen Schneeball Für einen Yucca Saft Smoothie Den ich jetzt absolut direkt trinken würde Ich bin zwar jetzt nicht der Ultra Fan von Smoothies Aber der sieht irgendwie ganz köstlich aus Ja du bist hungrig Ja ich kümmere mich ja da drum Was haben wir denn noch Guck mal hier Wildbret Eintopf Zieh den dir rein Wunderbar Guck mal Hier stirbt keiner mehr wegen Hunger Das ist schon mal gut So das hier legen wir noch zurück Das hier legen wir noch zurück Äh der hier draus Ähm ne wartet Wartet Äh Rezepte Wo wo Rezepte Ja Zuckersaft Noch mal kochen Schön Was gibt das denn noch so Hier sieht auch sehr gut aus Gemüse Eintopf Pilze Ja da müssen wir noch warten bis die Pilze hier Wachsen Weil genügend Pilze haben wir noch Moment Moment Äh Wasser Ja Ein Hammer Weiß kommen zwei und Kartoffeln Also Eins Zwei Und Eins Zwei Sehr schön Ja und jetzt könnten wir sogar uns doch eine Gemüsesuppe machen Die lediglich zwei Fast äh Drei Minuten braucht aber das okay Dafür haben wir dann leckere Mahlzeit Ja Und ich glaub die Nacht wär jetzt so bald geschafft Ich glaub ich sollte jetzt mal Äh Moment warte ich Wir hatten ja noch was vor 126 Nee das ist okay Hier ist alles in Ordnung Das geht alles mit rechten Dingen zu hier Das packe ich nachher mal mit rein Weil wir überlegen müssen wir haben ja jetzt doch kein Zement Das ist doof Das heißt wir müssen überleben Indem Indem Äh Wir gucken Dass wir dann vielleicht doch grad hier ein bisschen mit Ähm Wie heißt es Dobblestone machen Äh Die Basis wisst ihr Vielleicht tun wir dafür grad mal ein Hammerchen Und wie gesagt Hier die So Gehen wir mal da rüber Passiert uns jetzt nichts mehr ne Es kommt jetzt kein Feral oder sowas Oder nochmal die Schreierin Weil die Fräule an Rottenmeier ist das Thema nachts auftreten und dann zu zweit Finde ich ein bisschen Wisst ihr gemein Weil ähm Die ist ja zu zweit Ich bin alleine Das ist unfair Wo hat die nicht richtig mit berechnet finde ich Oder hier Wollen wir ganz schnell noch ein bisschen Upgradey Upgradey Umso mehr wir haben Umso fester ist der Vlog Falls ihr euch wundert Falls ihr die Folge nicht gesehen habt Wo ich es gesagt habe Warum das hier so ein bisschen Komisch Unorthodox aussieht Das ist aus dem Grund Weil ich will ja hier noch Aus Zement das ganze Verstärken Und wenn ich jetzt hier zumachen würde Mit äh Wisst ihr Dann käme ich ja nicht mehr an den inneren Kern Der ja dann im Prinzip weicher wäre Weil der nur aus ähm Sag mal Gobblestone wäre es Pflastersteine besteht Und deswegen wollte ich mir da noch eine Lücke lassen Um sobald wir Zement haben Erstmal die äh Ja Den Kern hier Die Innenseite Zu Zu Zement Abzugraden Und dann Ja dann Machen wir die Außenseiten dann auch zu Zement Und dann wird hier auch zugemacht Wisst ihr So war jetzt so mein Gedankengang Ich hoffe ich bereue das nur nicht Dass die dann nicht hier reinlaufen Und man dann Ja dann sollen sie hier kaputt machen Aber Hier steht ja relativ viel Der Vlog hält soweit Aber er würde also besser halten Wenn wir trotzdem noch hier die Pfosten hochziehen würden Und äh Ja Ich Wurde sagen Ich mach dann hier noch weiter Äh Wir haben ja die Quest abgegeben Bei dem netten Mann Ja das haben wir Ich würde gerne noch über die Konstruktion nachdenken Weil die Konstruktion ist ja ganz nett Aber ich hab Ich hab Angst dass sie nicht hält Ich glaube beim letzten Mal hatten wir die Lösung gemacht Nur zum Gitter Tut mir leid wenn das hier im Hintergrund Kraft ein bisschen zu laut ist Sind jetzt auch sofort fertig Achtung Und jetzt sind wir fertig Gut Also wenn wir jetzt hier hochgehen 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 Ich bin jetzt kein Zombie Aber ne Tun jetzt mal so Hauen So Das hier ist eine gute Idee Weil wenn sie hier hoch springen Dann fallen sie direkt runter Spikes Ich glaube wir sollten mit Spikes arbeiten Weil das wäre noch eine Idee Das hier lassen wir so Das ist okay Und von innen haben wir glaube ich auch ein Gitter Oder? Uah Von innen haben wir auch ein Gitter Hier müssen wir noch ein bisschen verbessern Ja ja Ist das okay Ja ich würde sagen Da gehe ich ein bisschen Holz sammeln Habe ja hier ein paar Bäume gepflanzt Die sind ja gut Äh sind noch ein bisschen zu klein Ja gehen wir mal da hinten ein bisschen Holz sammeln Und dann machen wir noch ein paar Spikes Weil Wenn sie runter fallen Sollen sie sich wehtun Aber ich denke das ist nur fair Eigentlich sollte ich doch ein paar Spikes auf das Dach machen oder? Das müssen wir uns mal gleich angucken Weil falls Vögel angreifen sollten Wisst ihr die bösen bösen Geier Wäre das vielleicht auch noch eine Idee Ich würde das hier jetzt erstmal so hinlegen So Und so Aber da runter Ja doch 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 So 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 Ja und dann gucken wir das mit die Fee jetzt auch hier oben dann verarbeiten Also auf dem Dach Gucken wir uns das mal grad an Wie wir hier hoch kamen Ja das müssen wir auch noch upgraden Das ist ja noch gar nicht fertig So hier hoch Na na hier Ja okay Oh Oha Was ist denn hier passiert? Was ist hier passiert? Darf ich das mal fragen Wer war das? Ich war das nicht Nein nein Dann müssen wir mal gerade noch upgraden Okay das war's Kann man auch ein bisschen nehmen? Ne leider nicht Gut Dann würde ich aber sagen Für die Geier Die dann da kommen Die stehen ja dann ungefähr Hier müssen wir stehen So So Und da Ja 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 das ist okay Das ist okay Das können wir so lassen Und hier haben wir ja auch Gitterstäbe Okay okay Und hier ist doch etwas drin was Ja ist auch noch Munition drin Gut können da noch mehr Munition rein Weil wir müssen glaube ich jetzt Die Nacht Müssen wir mit Maschinengewehr schaffen Nicht mit dem hier Das hier ist zu Das dauert wie drei Stunden Und nachladen ist auch tückisch Deswegen müssen wir jetzt vorbereiten Aua Wird jetzt nicht fallen Ich muss jetzt Ich muss jetzt nachdenken Wir müssen jetzt Getränke noch holen Und so Ich meine es dauert jetzt noch ein bisschen Aber ich möchte schon mal alles haben Damit wir nachher nicht überrascht werden Wenn es dann doch schon soweit ist Und es los geht Deswegen räume ich das jetzt mal grad Hier rein Das brauchen wir jetzt grad nicht Wir haben noch Munition mit Wie viel Munition holen wir denn mit Ja ja Ich hätte gerne eine andere Hand Feuerwaffe Ähm 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 äh Nein was ist das denn Bitte mach das mal weg Äh Pistole Kann man mal eingeben Pistole 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 Zu reden Dass der uns noch ein bisschen Pistole Magazine gibt Wisst ihr Dass wir da uns vielleicht So eine schöne Handvoll Waffe machen Weil äh die hier ist ja ganz nett Aber ne Die braucht drei Stunden Und überhaupt Dann müssen wir noch gucken Wie wir die Bude weiterbauen Aber die Bäume sind schön gewachsen Mittlerweile so hoch Dass ich sagen sie nerven glaube ich Jetzt nicht mehr Sieht doch ganz nett aus oder Dann haben wir direkt hier ein paar Bäumchen Können wir uns so ein Baumhaus bauen und so Ja Ne ich denke wir lassen das jetzt so Ich bin gespannt Ich hoffe es wird einigermaßen gut Bis dahin ist es doch ein bisschen Zeit Ich nutze sie jetzt noch Und bedanke mich erstmal für das Zusehen Tut mir leid für den nächtlichen Überfall Das passiert hier regelmäßig Das sind eben halt die blöden Nachbarn Ich kann auch nichts dafür Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen Wünsche euch noch eine wunderbare Zeit Was auch immer das bedeutet In diesem Sinne Guck mal lieber besser Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020